Hallihallo ihr alle und mit euch ist es voll herz ja wer hat es denn gedacht bitte sehr das heißt heute zeige ich wieder meine bilder die ich so gerade gemacht habe weil ich habe überhaupt keine Ideen was ich machen soll das heißt so sieht jetzt werden Büchlein aus er start um die Kistar auf diese Sachen und Prozent der Mann war kann es sein an die die an die schon wissen das heißt diese hier meistens schlecht geworden dann kommt dieser hier oh nein noch nicht dann kommt aber dieses hier äh dieser hier ist schlechter geworden ich hasse diese beiden Niko ja dann zeige ich alles nach dir oh mein die sind hier gerade der heißt ähm Hund ja äh das ging komisch aber heißt wirklich Hund äh äh das heißt für den Moment war es alles ja für den Moment war es alles in fünf Monaten ja ich weiß jetzt schon in fünf Monaten Bescheid was da passiert da kaufe ich mir so eine App für 20 Euro ich weiß nicht wieso ich immer diesen Preis sage gewöhnt ich hab mir das so gewöhnt mhm das heißt äh ja dann kaufe ich mir diese App und dann kann ich gleichzeitig so in einer Ecke hier oben erstes Mal zeige ich es richtig äh da oben äh dann äh da wird mein Gesicht sein und da das andere wird zeigen was ich auf meinem Computer auf meinem Bildschirm auf meinem Computer mache ist nützlich ist sehr nützlich und das heißt äh like abonnieren dislike nicht abonnieren kommentieren und nicht kommentieren egal was ihr wollt sage ich einfach nur was ihr wollt mit euch auf mein Herz peace out wenn ihr wollt mögen wie Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.